Heike Makatsch ist eine deutsche Schauspielerin, Sängerin, Synchronsprecherin, Autorin, Hörbuchsprecherin und Fernsehmoderatorin. In den 1990er Jahren war sie als Moderatorin für Jugendsendungen erfolgreich und wurde im deutschsprachigen Raum zu einer Stilikone der Girlier-Mode. Inzwischen konnte sie sich als mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin etablieren. Leben frühe Jahre Heike Makatsch ist die Tochter einer Grundschullehrerin und des ehemaligen deutschen Eishockey-Nationaltorwärts Rainer Makatsch. Sie besuchte die Montessori-Grundschule und anschließend das Max-Planck-Gymnasium und studierte nach dem Abitur vier Semester Politik und Soziologie an der Universität Düsseldorf. Es folgte eine nicht abgeschlossene Ausbildung zur Schneiderin. Ihre Fernsehkarriere begann 1993 beim Musiksender Viva, bei dem sie unter anderem die Sendungen Interaktiv und Heikes Hausbesuch moderierte. Von August 1995 bis zum Sommer 1996 war sie Moderatorin von Bravo TV bei RTL 2. 1997 wurde die wöchentliche Heike Makatsch Show im Spätprogramm von RTL 2 wegen geringer Einschaltquoten nach acht Folgen abgesetzt. Film und Fernsehen Makatschs Karriere als Schauspielerin begann 1996 mit dem Film Männerpension von Detlef Buck. Für ihre Rolle in diesem Film wurde sie mit dem Bayerischen Filmpreis als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet. Für den Film nahm sie eine Neuinterpretation von Tammy Wienetz Stand bei Jürrmann auf. In dem horroresken Science-Fiction-Film Resident Evil von 2002 verkörpert Makatsch eine Wissenschaftlerin, die sich von einem Virusbefallen in einen beißwütigen Zombie verwandelt. In Margarete Steiff von 2005 spielt sie die wegen Kinderlähmung auf einen Rollstuhl angewiesene Spielzeugbärenfabrikenten gleichen Namens. 2009 war sie in Hilde, einer Verfilmung von Hildegard Knefs Autobiografie Der geschenkte Gaul, in der Titelrolle zu sehen und verkörperte im Fernsehzweiteiler Dr. Hope Bridges Adams-Lehmann, Hoffnung kann nicht sterben die Ärztin Hope Bridges Adams-Lehmann. 2012 machte sie Werbung für eine Kosmetikfirma. Für die Ausstrahlung an Ostern 2016 entstand ein Tartort-Peschel unter dem Titel Fünf-Minuten-Himmel mit Makatsch als Kommissarin Ellen Berlinger in Freiburg im Breisgau. Diese Rolle nahm sie in Tartort – Zeit der Frösche erneut auf, der Film wurde Ostern 2018 ausgestrahlt. Im Oktober 2021 wurde mit Tartort – Blind Date ihr dritter Fall als Kommissarin Ellen Berlinger gesendet. In der Musical-Verfilmung Ich war noch niemals in New York, die im Oktober 2019 in die deutschen Kinos kam, spielte sie neben Moritz Bleibtreu, Katharina Thalbach und Uwe Ochsenknecht als erfolgsverwöhnte Fernsehmoderatorin Lisa Wartberg in einer der Hauptrollen. Engagement und Kontroversen 2006 unternahm Makatsch mit der Entwicklungshilfsorganisation Oxfam eine Reise nach Ghana und ist seitdem Oxfam-Botschafterin. Sie war Amnesty International Jury-Mitglied bei der Berlinale 2008 und sagte, ein Film, der mir die Augen für Ungerechtigkeiten öffnet, im politischen sowie im privaten Sinn, ist für mich relevant. Ich wünsche mir sehr viel häufiger solche Filmerlebnisse. Dann kann niemand mehr sagen, er habe von all dem nichts gewusst. Außerdem unterstützt sie die Kampagne Steuer gegen Armut, die sich für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer einsetzt. Zu diesem Thema spielte Makatsch zusammen mit Jan-Josef Liefers die Hauptrolle in dem Kurzfilm Steuer gegen Armut. Eine gute Idee? Makatsch beteiligte sich im April 2021 zusammen mit 50 weiteren Schauspielern an der Initiative Hashtag Allesdichtmachen, distanzierte sich nach aufkommender Kritik jedoch davon und zog ihren Videobeitrag zurück. Privates Heike Makatsch lebt in Berlin-Prenzlauer Berg. Von 1996 bis 2004 führte sie eine Beziehung mit dem britischen Schauspieler Daniel Craig. Bei den Dreharbeiten zu Keine Lieder über Liebe lernte sie 2004 den Musiker Max Schröder kennen, mit dem sie zwei Töchter hat. Ende 2014 erklärte Makatsch in einem Interview mit dem Magazin Nido, dass die Beziehung seit langem beendet sei, die Kinder aber weiter gemeinsam erzogen werden. Während der Dreharbeiten zur Tatort-Folge Fünf Minuten Himmel war sie schwanger, und 2015 kam Makatschs dritte Tochter zur Welt. Liiert ist sie mit dem Schauspieler Tristan Pütter. Auszeichnungen 1995 Bravo Otto TV Star Weiblich in Gold 1995 Telestar Förderpreis für Interaktiv 1996 Bayerischer Filmpreis Darstellerpreis 1996 Bambi 2000 Diva Award 2001 Deutscher Shootingstar des europäischen Films 2002 Goldene Kamera in der Kategorie Beste deutsche Schauspielerin 2003 Bambi 2004 Adolf Grimme-Preis 2006 Bambi, beste Schauspielerin national für ihre überragenden Leistungen in der Rolle der Margarete Steif 2006 Bayerischer Fernsehpreis, beste Schauspielerin im Bereich Fernsehspiel für Margarete Steif 2020 Romy in der Kategorie Beliebteste Schauspielerin Kino-TV-Film-Nominierungen 2006 Emmy für die Darstellung der Margarete Steif Romy in der Kategorie Beliebteste Schauspielerin